Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und ich möchte heute eine kleine Ankündigung machen. Und zwar am 28.07. auf dem Kanal vom Sparfuchs, werde ich euch unter diesem Video verlinken, werden wir wieder einen Livestream machen bei ihm. Letztes Mal war es eine super super coole Geschichte, wir haben uns spontan dazu entschieden und dachten, wenn uns irgendwie so 5 bis 10 Leute zugucken, das wäre dann schon mega. Am Ende waren es in der Spitze bis zu 60 Leute, was uns natürlich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ja, woher kennen sich der Sparfuchs und ich eigentlich, also Jonas im konkreten Fall. Und zwar ist es bei mir im Umfeld sehr, sehr schwierig, Leute zu finden, die sich für das Thema Finanzen begeistern können. Und dann habe ich mich entschieden, Mensch, der Jonas kommentiert regelmäßig unter meinen Videos, lass ihn doch einfach mal anschreiben und fragen, wollen wir uns mal ganz locker austauschen. Und da haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, uns zusammenzusetzen, haben irgendwie eine Runde geskypt und dann haben wir festgestellt, wir sind irgendwie auf einer Ebene, coole Sache, lass uns doch mal ein Video gemeinsam machen. Und dann war erst so, dir vielleicht ein Video zu machen und dann haben wir uns dann am Ende doch für mehr oder weniger einen spontanen Livestream entschieden. War eine echt coole, coole Sache. Ich freue mich jetzt auch schon diese Woche darauf, eben am 28. um 19 Uhr bei ihm auf dem Kanal. Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und dass wir uns da sehen. Was mich in diesem Format tatsächlich sehr, sehr reizt ist, dass wir dort auf eure Fragen einfach eingehen können in Echtzeit und nicht irgendwie nachträglich kommentieren. Und wir lassen uns, so wie beim letzten Mal, super, super gerne leiten und zwar eben vom Chat und sind da sehr auf eure Fragen gespannt und haben richtig, richtig Bock. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dahin, euer Sven. Bis dahin.